Heutzutage ist wirklich so, entscheidend sind eigentlich die Daten. Die sind mindestens gleichwertig wie die Wurst und Fleischwaren, weil ohne die Daten kriegst du keine Listung am Markt. Wir sind ein heimatverbundenes Familienunternehmen in vierter Generation, stellen dabei Fleisch- und Wurstwaren her und konzentrieren uns auf bayerische und Thüringer Spezialitäten. Im mittlerweile digitalen Zeitalter ist die IT ein entscheidender Wettbewerbsfaktor geworden, weil es also nicht mehr ausreicht, hochwertige Wurst- und Fleischwaren herzustellen, sondern es müssen entsprechend auch die Daten über Herkunft, Produktion, Qualität und Faktorierung teilweise online mitgegeben werden und Lieferanten und Kunden zur Verfügung gestellt werden. The CSB System not only ensures transparency and efficiency, but also high product quality. Die Qualitätsdaten sind deutlich besser geworden. Wo früher sehr viele händische Eingriffe der Mitarbeiter notwendig waren, wird jetzt alles automatisiert über das System abgebildet und ist damit natürlich auch deutlich weniger fehleranfällig wie vorher. Guaranteed freshness, just in time delivery, competitive prices. Customers are becoming ever more demanding und Produktion ist getting more complex und thus more difficult to manage. Durch das CSB System haben wir eine zentrale Absatz- und Produktionsplanung, die online auf alle Daten aller Werke zugreifen kann. Und somit können wir im Prinzip direkt auf den Produktionsprozess Einfluss nehmen. Unsere Verpackungsmaschinen vom Produktionsauftrag bis hin zur Auszeichnung werden komplett von CSB gesteuert. Das heißt also, sowohl die Chargierung als auch die Übermittlung der Auftragsdaten an Auszeichner bis hin zum Palettenbau und Palettenetikett wird über CSB gesteuert. The Optimization Potential through IT reaches far beyond our own company. Wir haben also Turnoptimierung im Einsatz. Das ist also so, dass wir innerhalb von nicht mal sechs Monaten Return of Investment hatten in dem Fall. Ganz einfach erklärt, weil wir natürlich unheimlich viele Turn einsparen konnten. Einfach durch diesen Algorithmus der Optimierung. The convergence of information, automation and production technologies opens up many new opportunities that the company group intends to exploit in the near future. Es ist ein permanenter Prozess der Weiterentwicklung, um auf Kunden oder auch gesetzliche Anforderungen entsprechend reagieren zu können. Wir werden uns aktuell dem Thema widmen Industrie 4.0, OEI Kennzahlen und sind auf dem Weg zur papierlosen Fabrik. Programmed for your success. CSB System.